Da ist schuppen. Da ist schuppen. Na ja, das bisschen ruckelt im Heli. Kann ich auch verzeihen. Das ist ja auch 435 Millionen Liter laden. Ja, das wird gar nicht reichen. Das kannst du ja auch viel drüber machen. Das muss nicht so teilreich sein. Du kannst die Auflösung ein bisschen runter... Also dein Teil reicht immer ein bisschen runterstellen. Wenn es nicht viel ist. Aber wie ist denn das jetzt? Sind die Arschmecher noch da? Wenn wir jetzt wieder drauf gehen, ist alles weg. Ja, ich weiß. Komm, wir rennen erstmal hier gerade hoch. Richtung Süden. Und dann lassen wir ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Dann gehts eigentlich. Aber ich muss sagen, selbst mit 70 FPS oder so fühle ich mich ja immer noch wohler als ein Tag auf mit 80 oder so. Ja. Tja. Mit mir Robben hin. Ne, die sehen nicht trotzdem. Aber wurden die von jetzt von Spielern getötet? Ne, ne, von NBZs. Idioten KI. Das war aber langsam. Das ist auch so krass wie die da kommen. Ja. Mal ja, mal ne. Ja, die Verreckenheit kaum. Also schwer. Also ich hab schon über sein Magazin auf den Lagen geballert. Da fällt nicht um. Siehst du das Blutspritzen? Er trifft mich zweimal und ich bin tot, Alter. Aber wir haben auch kack Munition. Muss nur sagen. Naja, wenn du bei dir reinguckst. Wir haben ja Munition von den Idioten. Und die haben auch dieselbe, ja. Das stimmt. Wir haben auch eine Schutzweste. Ja, das müssen wir noch ein bisschen anpassen. Was sind wir denn jetzt verreckt? Hier irgendwo muss man liegen. Hier irgendwo am Rhein warten, ja. Hier vorne. Hier liegt einer. Aber wir liegen ja nebeneinander. Ehrlich? Was? Wo bist du? Nee, hier liegt bloß einer. Das bist du hier. Bei mir. Komm her, ja. Ach da? Okay. Cool, dann kann ich schon mal her. Und ich glatt weiter links. Wo lieg ich denn? Na hier. Ja, dort wo du bist. Lauf heute in den Busch. Ich seh... was? Genau hier. Nö, ich seh mich schon wieder nicht, Alter. Das ist doch scheiße. Raus. Äh, ich hau deine Munition aus dem Rucksack. Ja. Kopfhörer. Machst du mal die Waffe. Äh, Drop. 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 Ich kanns nicht aufrufen. Ich seh mich nicht. Was ist los? Ich kanns nicht. Doch jetzt. Oh, Alter. Lass bloß mal gucken, wo ich lag. Weil ich seh mich auch nicht irgendwie. Oder war es weiter hinten? Ich weiß es nicht. Vielleicht seh ich dich auch. Ey, das ist schon das Zweifel. Ey, hier liegst du doch gleich. Hier liegst du doch. Was? Ja. Ach ja, hier. Verklatzenkopf mit dem Bart. Siehst du dich? Ja. Okay. Verklatzen mit dem Bart. Geil. Und Brille. Und meine Weste ist dort. Lass mir die voll zerfassen, diesen Arschloch, Alter. Meine hat noch 85%. Das ist Rindvieh. Ne, ja. Ist da alles wieder gut? Ja, wunderbar. Das ist auch seine Weste. Nochmal gut gegangen, ja. Vom Kind. Ja, gut. Das war ja auch einfach zu finden. Wie ich da liege. Der Arme nach hinten. Geil. Mich hat's voll gelegt. Wo gehen wir denn nur ran? Oder wollen wir von hinten ran und durchgehen? Ne, ja. Im Nahkampfmodus? Okay, jetzt hab ich mir das Stück geholt, Alter. Und denke dran, Lamang musst du nehmen. Lamang. Lamang musst du nehmen. Da kommst du ja mit rein. Die erste Fraktion. Dann fliegen wir dich auf Kilo warm. Ja. Ja, ich hab's mir jetzt geholt. Die Mission. Weil ich eigentlich wieder mit dir zocken wollte, Matze. Ah, okay. Ja, klar. Na ja, das können wir machen. Du darfst bloß nicht die Lust verlieren oder die Flinte uns kommen werfen. Weil hier kriegst du auch was mal aufs Maul. Oder verlierst dein Zeug. Ist aber schlimm. Die Waffen sind nicht so teuer wie ein Tarkov. Ja. Mit Million und sowas. Ist auch nur Tarkov, was wir da gemacht haben, ne? Das ist auch eine Mose mit Scope. 400. Dauer. Du meinst im Nahkampfmodus? Naja, wenn wir ganz links in das erste Haus reingehen. Erst von Weiden die weg machen, die du triffst. Dann ganz links ins Haus rein. Und dann mit der AK. Dann könnt ihr wieder einen scheiß langen Waffen sonst was machen. Dann treffen wir sie. Dann fallen die uns schneller um, denk ich mal. Wenn die näher bist. Wir treten wahrscheinlich mit der Waffe ohne. Die verreißt ja auch. Aber auf alle Fälle müssen wir uns beeilen. Nein, also. Mhm. Hat der schon wieder eine gequägt oder war das ein Hahn? Ich habe nicht gehört. Du meinst doch ins Dorf nicht? Ja. Du hattest da schnell und hinten weg. Und dann mit der AK. Du siehst so, wie ich es geschah. Du siehst es schlecht. Oh, Gott. Und das ist ja auch gut. Und das ist ja mit dem Schuss. Ich habe mich nicht gewusst. Ich habe mich nicht gesperrt in diesem Haus. Runde rennt euch in das Haus. Ja, gut. Ja, wirkt schon. Eigentlich müsste es gut dich mit Klaus zusammentun, weil wir Anfangskests haben. Ja, wir sind schon im PVP-Gebiet, wenn du so willst. Und du hast ja am Anfang dein Startgebiet-Quests. Das nehmen wir halt mit. Das sind wir halt fertig. Ja. Wir haben noch einen Verein weg, AKs, die wir ja immer noch brauchen. Ja. Aber ich kenn mich nicht aus. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier alles abläuft. Naja, das lärmst du. Wenn du Fragen was fragst. Aber wenigstens gibt es eine Map. Ja. Ja. Und du siehst auch deine Mates auf der Map. Mhm. Das ist auch schön, ne? Ja. Wenn wir mal gucken, wegen dem Teambegrüß. Ja. Die sehen ja alle gleich aus. So ein bisschen. Da hab ich mal oft Videos von dir gesehen hier in der Kopf. Wie euch da alle gegenseitig haben geschossen. Ja. Das sind meistens ja nur Klaus. Ja. Klaus ist doch ein Kugelmagnet. Ja. Deswegen brauchen wir den hier auch. Ja. 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 Bis das von hinten reinkommt, dann machen sie erst wieder den gleich. Da ist jetzt eine Cola von uns jeden. Haben sie hingestellt, zwei Stücke, geil. Ist der weg? Warte, ja, der ist weg. Der liegt. Machen wir hier die Tür zu. Da kommt schon wieder was geschlichen. Da kommt noch von hinten. Vor uns, also hinter dir. Also vor ist immer ein Marschrichtung. Aus einer Fenster hat er geguckt gerade. Was? Nein, nein, nein. Der Flecke duckt sich. Jetzt machen wir hier den Tür zu, oder? Nein. Den musst du durchs Fenster erschießen. Ja, wenn ich mich will. Der Rest ist weggegangen, ist schon schürbar. Wir haben sie so ein Mist hingestellt, Alter. So, den einen habe ich noch auf. Ach, ich meine, der Rest ist immer tausend. Gut, dass wir genug Munition mit haben, Alter. Ja. Ich mache hier mal zu. Alter. Ja, der ist auch geil. Da vorne ist B, Mann. Ja. Die Tür zu. Hey, die Tür geht nicht wie zu, Alter. Ja, weil der im Weg liegt der Hai nie. Zu. Ja, kriegt da auch noch einer. Das ist so AK-Boy, Alter. Und der kriegst du uns ein bisschen Muni. Die haben wieder nötig. Oh, der hat direkt Netschert kassiert, Alter. Geil. Die was da an ihr, da. Ja, wenn die alle hier reinkommen nacheinander, wäre gut. Nacheinander. Wachen die. Wie viele jetzt schon hier in die Hütte gekommen sind, Alter. Hm. Wie viele. Ob's das war? Ich will nicht mehr. Zumindest. Hm. Doch. Ach. Ich denke mal, hinter dir auf dem Fenster. Ja, hier links irgendwo. Rechts. Ja. Oh, ich hab mal hier mal rein. Mach mal die Tür zu. Die sollen reinkommen. Die wollen wallbangen, die Hundesöhne. Hm. Was ist denn eigentlich mit deinem Limo hier? Weiß ich nicht. Willst du sie nicht? Ich hab da hin, glaube ich. Ich hab da zwei davon. Ja, ich hab mir, ich hab noch acht Liter Wasser. Und ne Limo. Achtung, die kommen. Ich hab hier mal. Oder? Ich hab doch Steps gehört. Oh ja. Ich kratz mir ja bloß nicht ab, Alter. Ich will ja nicht alleine sein. Ich weiß ja, wo ich hin muss. Das Haus finde ich. Ja, und da kommen ja eine Million Leute rein. Ich bin noch hinter uns. Vor uns. Wir reden immer in Marschrichtung. Gut. Unser Ziel ist Blue Lagoon. Und das ist vorne. Okay. Gut. Das Haus läuft davon, wenn ich mich erinnere. Ja. Jetzt sitzen wir hier. Und nun? Da kommt bestimmt irgendwann rein. Einfach mal in die Tür schießen hier. Dann kommt er da. Wie das Haus da platzt. Geiler. Oh. Fühlt sich nicht inspiriert reinzukommen. Nee. Wir müssen raus. Irgendwie. Gibt's doch gar nicht. Wir wollen es ja auch in Nahkampf. Das ist besser, als wenn sie uns von weit weg machen. Ja. Hier sehen wir sie wenigstens. Müssen wir hier vorne gucken, ja. Das ist Blue Lagoon hier. Der hier rein. So. Hier rückt du. Oh. Ich verschieße durchs Blech, der Idiot. Oh. Halt raus. Ich hab den Einschlag gesehen. Ja. Der hat Funken geschlagen, Alter. Ja. Jetzt wird er mit vor uns erschossen. Wenn er jetzt hier kommt, zur Tür rein, wäre gut. Der wills ja, dass wir hier drin sind. Ja. Er kommt bestimmt. I know you here. Siehst du den schon durchs Fenst? Ach nee. Wenn er kommt, ja. Aber einer hat jetzt sozusagen hinter uns, also. Mhm. Rechts von uns jetzt. Ja. Blechschwein. Alter. Ey, wenn der mich umgelegt hat, der Idiot. Ich war ausgeflitten. Ja, so bin ich vor uns mit der Schuld, finde ich, direkt. Junge, wie es dich in die Ecke gepresst hat. Hey. 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 Das ist die Idiot. Aber ich höre Stimmen von da, wo wir gerade hergekommen sind, aus dem Haus. In zwei Jahren. Ja. Aus dem Haus. Nö, das ist quasi östlich. Und hier südlich auch, hinter mir. Hey. Sie zeigt auch nicht mal, dass sie mal kommen. Wir müssen halt ein anderes Haus suchen. Ich kann hier eine Granate rausschmeißen, dahinter schmeißen. Das mache ich dann auch. Ich schmeiße jetzt hier rechts eine Granate hin. Das ist Ruhe irgendwie. Und jetzt nicht mehr. Da ist nicht wohl die Sinn, Alter. Dann gehen wir halt links rum und dann in ein nächstes Haus. Wir müssen in unser Haus zurück. Wir müssen hier in der Lagune, ja. Hier, er schießt mit Schroh durch die Tür. Ja. Er steht hier hinter dem Haus. Wir müssen hier rechts um die Hütte drumherum. Dann müsste man eigentlich kriegen. Das ist ein bisschen spät. Die anderen sind in der Lagune, genau. Ja, irgendwo muss ich da hin. Ja, hier ist aber keiner. Wo ist denn der? Hä? Ist das auch rum gelaufen? Hä? Wie hat er denn da geschossen? Aber wie hat er denn da geschossen? Gibt es doch gar nicht. Die sind in unserer Lagune dringer. Aber wie hat er denn da dann das Loch geschossen? Na, einer muss draußen sein. Von den Arschkrämpfen. Da war doch einer draußen, oder was? Da hat doch einer durch die Blechhütte geballert. Ja. Oh, ich sehen. Ja, da war doch nur der Polkwindler. Oder mit der Motin. Und da hinten war aber auch noch einer, was du eben gesehen hattest. Das ist doch genau. Boah, ihr pfeift schon ein Mio lang. Hier. Halt mal die linke Seite, äh ja, die rechte meine ich. Hier vorne die, ja. Versuch dir mal mit der Mosel wegzumachen. Ah, quirl. Die vorne ist da. Halt Ruhe jetzt. Da kommt bestimmt rum, ich seh ihn hier nicht. Boah, der wurde runtergebrochen. Das gibt's doch gar nicht. Da kam von rechts, oder, der Wichser? Ja, irgendwie. Hier ist aber auch noch einer. Da vorne. Im Wald. Links. Äh, ich hab den nicht gesehen. Nee, da war unten. Boah, leichte Wunde. Wie geht dich erst mal? Ja, ja. Ja, eine leichte Wunde vergeht. Da gibt's nicht mehr Blätter. Okay. Da bin ich bloß und kenne von da. Wie immer. Ja, nachts vorbei. Nachladen. Oh, ja, die linke Seite ist, glaub ich, frei. Wir können wieder zerbrechen. Das Wort ja. Das Wort ja, ja. Ich nehm mal, ich nehm mal Mosel. Guck mal auf den Zaun. Gibt's ja keine andere Alternative. Guck mal eine gelbe Lunge. Oh, da muss ich doch der Weibel kippen hier. Ja. Scheiß, Mann. Das dauert doch gar nicht. Ja, wir haben Zeit. Mhm. Oh, da ist doch noch immer. Mit dem Mattafacker mögt der dich doch, oder? Da ist doch drüben schon wieder im Wald, Alter, das vor dem Kind. Mhm. Ach nee, da war hier noch im Auto. Ich dachte, das war da, der Tote da nicht umgefallen ist. Mhm. Das dürften sie gewesen sein, oder? Jetzt ist das erst mal du am Koppel. Jetzt bin doch bitte hier drunter. Ich muss aber mal was essen hier. Das hat mir das Amt gekostet viel. Jetzt hab ich schon hier. Irgendwelche Nüsse. Oh, ey, das sieht aus wie... Das würdest du nie essen. Das sah aus wie rohe Schnecken. Ein Top. Jetzt bin ich jetzt, ja. Jetzt können wir uns langsam in der Basis vorarbeiten, oder? Das ist auf alle Fälle leise geworden. Guck mal, hab ich drauf in der Konexion. Ich will mal gucken, was der für eine Waffe hatte hier vorne. Ich kann sogar seinen Charakter machen. Ja. Ja. Ach, hinter dem Auto war der dort. Oh. Ich muss ja auch mal gucken, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen Munition kriege. Ich meine, noch hab ich, aber... Ja. Der hat eine Akkarte dahinten, dort ist der Gras, das ist ein Teil schwierigster Gras, wenn einer ist hier. Mhm. Ich will wissen, was er für eine Waffe hat. Eine Mosel hat er. Okay. Und einen Flüssel. Der hat 545 Munition. Hast du einen Helm auf bei? Äh, ne, ich gewünscht. Ne. Der hat eben so einen SSH-60. Der gleiche nicht mehr. Mhm. Äh, 54 M braucht er eigentlich. Hat er Mosel-Munition gehabt, der eine? Ja. Hast du die rausgenommen? Ne, warte, ich wollte mal. Na, ich kann sie auch holen. Gut. Die Mosel-Undes-Scope hat ja. Aha. Das ist schon locker. Blue Lagoon Shackley. Wo hat er das Scope? Er hat keinst, das wissen wir's ja. Ach so, ach ohne, ja. Aber er trifft uns wie als Helfer Advantage. Sensationell. Aber denke ich auch noch einmal. Und da ist wirklich Ruhe, wenn die weg sind, ne? Ja. Da hörst du gar keinen mehr. Also das ist schon geil. Also langsam dürfte auch keiner mal das drin sein, Alter. Hm, normalerweise nicht. Ja, doch mit dem Mosel. Das EKPS runter, da frage ich. Schön, genau. Ganz im Unionsfall, ne? Fressen hab ich noch. Satt bin ich auch. Dann können wir jetzt mal den Laden pushen, ne? So langsam. Ja. Hast du frisst? Nö. Hab ich ja nicht weggefressen. Magazin. Das ist auf dem Kopf klein. Das ist seit Lammang, ne? Ja. Lammang. Ich hab auch mal ein Wormwerke. Ja. 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 Jetzt links sind wir die Hütte. Wir müssen hier irgendwas abholen. Ja. Ja. Geht's nicht. Äh. Sechsen Dollar aus der Kasse geholt, Alter. Geil. Ja. Du sagst nur vorne aus. Nicht schlecht. Ja. Steht noch Fressen auf dem Tisch. Ja. Ja. Oh, hier hinten ist auch ein Wochenbarband. Ja. 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 Ja.